Fällt es der Schritt für heute? Ja, ich denke schon. Wir haben von da zu da mehr in den nächsten Mittwoch immer los und los. Ich denke, heute muss ich 100 Prozent trainieren. Um sicher zu sein, dass ich heute noch 100 Prozent bin. Das ist das Ziel. Gestern bin ich noch dran. Ich denke, heute kann ich auch ein Krok beilegen. Da wüsste ich auch selber das Detail. Und ich denke, auch den armen Welbes hat Top-Arbeit in Barcelona gemacht. Also ich fühle mich gut. Ich adoro ein gutes Gefühl. Ich sehe keinen Grund, warum ich nicht so gut bin.